Solidarität der Voraussicht Das sind das für die Lungen in einer sanitären Krise wie Corona. Zusammen mit der Funktion publik sind wir am Gänge löschend zu erstellen für Leute, die am Notfall helfen können. Wir sehen sowohl Leute mit einer medizinischen Ausbildung wie auch ganz normale Bürger, die gegebenenfalls erspringen können. Dafür schreibe ich euch an, auch wenn ihr ein Moment habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.